Wir hatten Monster geschaffen, die wir nicht kontrollieren konnten. Wir setzten sie unter Drogen, folterten sie, weideten sie aus. Wir entmenschten ihren Verstand, aber es funktionierte nicht, bis sie kamen. Aber es war nicht ihre Willenskraft, nicht ihre Wollteufelheit, nicht ihre fremde Dunkelheit. Es war etwas anderes. Irgendwie, unter den Schrecken des Verlassenseins, hat man sie gelernt, in ein hässliches, gebrochenes Wesen zu blicken. Und ihm seinen Schmerz zu nehmen.